Ihr gefällt der Louis Vuitton On The Beach, aber du möchtest nicht 260 Euro dafür ausgeben? Kein Problem, ich habe eine gute Lösung für dich, pass auf. Und zwar handelt es sich hierbei um den Jean-Paul Gaultier Le Mal Pride Edition. Ich wurde durch meinen Freund Max Ud aufmerksam auf diesen Duft und habe gedacht, ich probiere ihn mal aus. Gesagt, getan, ich war im Douglas und es gab tatsächlich nur noch einen Duft übrig und den habe ich mitgenommen. Es gibt tatsächlich noch eine andere Version, die hat einen anderen Pulli an, aber ist eigentlich genau der gleiche Duft. Ja, der Duft kommt in so einer richtig coolen Dose, finde ich, wie man es von Jean-Paul Gaultier eben kennt. Ich persönlich finde diese Dosen von Jean-Paul Gaultier richtig cool. Das zeigt, dass man noch Wert auf Verpackung legt und nicht einfach dahin klatscht wie viele andere heutzutage. Der Duft riecht am Anfang ziemlich, ja, bitter kann man sagen. Das liegt an der Blutorange und an der Jutsu, stört aber so gut wie gar nicht und entwickelt sich dann mit der Zeit in so eine, ja, leicht florale und cremige Note, was mir persönlich sehr gut gefällt. Der On The Beach von Louis Vuitton ist ein richtig geiler Sommerduft, der sehr sommerlich, sehr frisch und etwas zitrisch ist. Ich persönlich finde den Le Mal Pride Edition etwas besser, weil er etwas bitterer riecht, ja, durch die Blutorange, was ihn etwas selbstbewusster macht. Zudem das große Plus ist eben das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe hier für 125ml sage und schreibe etwas über 70€ bezahlt und das ist wirklich unschlagbar für einen Sommerduft. An dieser Stelle, Max Uth, danke für den Tipp, ich habe es ausprobiert. Es ist wirklich ein mega Sommerduft und falls ihr sowas noch sucht, dann greift auf jeden Fall zu.